Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. In meinem letzten Kurzvideo habe ich Ingwer-Shots zubereitet, die wirklich super einfach sind in der Herstellung. Ihr könnt sie vier bis fünf Tage im Kühlschrank lagern und dann einfach jeden Tag einen kleinen Ingwer-Shot trinken. Es stärkt das Immunsystem und ist wirklich super vitaminreich. Heute gibt es wieder ein Video und zwar mache ich heute goldene Milch. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, die goldene Milch wird auf Basis von Kurkuma hergestellt. Kurkuma ist eine Gelbwurzel, die wirklich total positiv sich auf den Körper auswirkt. Zum einen hat sie heilende Eigenschaften, in der ayurvedischen Medizin wird sie oft eingesetzt. Sie stärkt das Immunsystem, sie ist entzündungshemmend, auch gerade bei chronischen Erkrankungen wie Gelenkschmerzen, Arthrose zum Beispiel. Sie senkt den Blutzuckerspiegel und noch vieles weiteres, was ich euch gleich noch erzählen werde. Wichtig ist zu wissen, dass ihr gemahlenen Kurkuma nehmen könnt, aber da müsst ihr einfach beim Kauf darauf achten, denn da gibt es wirklich Kurkuma im Supermarkt, was total bleibelastet ist. Also viel mit Schwermetallen, weil es einfach in Bangladesch angebaut wird und dort das Ganze sozusagen mit Schwermetallen versetzt wird, damit die Farbe goldgelb ist. Jetzt achtet da wirklich drauf, das ist wirklich super wichtig, denn ansonsten kommt es zu einem erhöhten Bleiblutspiegel und das ist wirklich gar nicht gut. Also, für das Rezept brauche ich nur ganz wenige Zutaten. Ihr könnt es vegan zubereiten oder auch ganz traditionell mit Milch und Honig. Ich zeige euch einfach beide Alternativen. Ich stelle jetzt erstmal eine Kurkuma-Paste her, denn die könnt ihr einmal zubereiten, im Kühlschrank lagern und dann habt ihr sie einfach immer griffbereit und könnt euch jeden Morgen oder jeden Abend einfach eine Kurkuma-Milch machen, die goldene Milch machen und habt dann echt gar nicht mehr viel Arbeit damit. Für die Paste nehme ich jetzt hier vier Esslöffel Kurkuma, einen Teelöffel Pfeffer, etwas Wasser und dann brauche ich noch für die goldene Milch, für eine Portion, ich rechne das jetzt mal auf ein Glas, ich bereite natürlich wieder mehr zu fürs Team, aber ich zeige es euch hier für ein Glas, habe ich hier 200 Milliliter Milch, ich habe jetzt hier eine Hafermilch, ihr könnt Mandelmilch oder eine normale Milch nehmen. Und dann habe ich hier noch etwas Honig und eine Prise Zimt und benutze gleich natürlich ein bisschen was von meiner Kurkuma-Paste. Also, wie gesagt, bereite ich jetzt hier die Paste vor. Ihr müsst die Paste nicht machen, ihr könnt auch einfach jeden Tag euch alle Zutaten zusammenmischen, natürlich dann nicht so viel Kurkuma, sondern etwa nur einen Teelöffel oder bis Esslöffel pro 200 Milliliter. Ich mache das jetzt einfach so, da die Paste, also das Kurkuma-Pulver, sich im Wasser nicht so gut auflöst und dann verrühre ich das jetzt erst einmal, habe die Paste bereit und dann ist es wirklich super einfach mit der Milch, mit der Herstellung. Pfeffer muss auf jeden Fall mit dazu, weil da Peperin enthalten ist und Peperin sorgt dafür, dass unser Körper Kurkuma besser aufnimmt. Außerdem solltet ihr wirklich auch euren Eltern und Großeltern eigentlich schon jeden Tag die goldene Milch machen, denn Kurkuma wirkt auch wirklich ganz toll gegen Alzheimer und entgiftet sogar die Leber. Also hat wirklich super Eigenschaften. So, ich habe das Pulver jetzt hier drin. Hier kommt jetzt das Wasser dazu. Ich habe jetzt hier einfach so ein kleines Töpfchen, aus dem ich später auch gut ausgießen kann. Und jetzt wird es hier verrührt und kurz erwärmt und so entsteht jetzt die Paste. Also ich lasse es jetzt gar nicht kochen, sondern wirklich nur kurz erwärmen. Jetzt habe ich hier diese Paste, das hat jetzt so etwa vier bis fünf Minuten gedauert. Die dickt nämlich so ein bisschen ein. Ich fülle die mir jetzt um. Und jetzt nehme ich hiervon einen Esslöffel und mache jetzt einmal diese Milch. Also, ich habe jetzt hier Hafermilch. Ich verwende jetzt hier Honig und Zimt. Und beim Honig achte ich einfach drauf, dass ich regionalen Imkerhonig habe. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Dattelsirup nehmen oder Agavendicksaft. Einfach so eine leichte Süße reinbringen. Zimt wärmt ja auch super von innen. Deswegen noch eine Prise Zimt. Aber macht nicht zu viel Zimt rein, ansonsten wird das Getränk nämlich eher braun. Und ich finde das Getränk echt schön, weil es gerade so Gold ist. Da hört es auch seinen Namen. Also, nur noch ganz kurz erwärmen und dann können wir schon probieren. Ja, das ist goldene Milch. Wollt ihr mal probieren? Mit Honig? Ja, das ist einfach warme Milch mit Honig. Gold eingefärbt. Und? Der andere Geschmack, das ist Kurkuma. Und das ist voll lecker, gell? Das hält uns fit und gesund. Oder magst du noch ein bisschen Vanilleextrakt? Okay, komm. Für die Kinder gibt es noch Vanilleextrakt. Guck mal, hier. Dann ist es die Sally Milch, gell? Komm, dann trägst du noch ein bisschen. Ganz wenig, ja? Weil ihr habt ja nur eine kleine Menge. Ich mach das. Ganz wenig, Ella. Stopp! Okay, also ich finde sie mega lecker. Kleiner Schauspieler, du. Früher haben das die Menschen getrunken, damit sie ganz lange jung sind. Das sind nämlich Antioxidantien drin. Und dass man keine Falten kriegt. Und dass man immer noch schöner wird. Ella gleich, wo ist der ganze Topf? Wow, ich seh das schon. Deine Haut wird immer jünger. Wow. Magst du jetzt öfter warme Milch trinken? Goldene Milch? Ich will weiße Milch. Okay, aber ich mach dir goldene Milch. Dann mach einfach die Augen zu, dann siehst du die Farbe nicht. Nein! Ich mach jetzt noch eine große Portion fürs Team. Kommt jeder wieder auf seine Strichliste. Irgendwas schon, es werden auch getrunken. Das Rezept gibt es natürlich auf meiner, auf meinem Blog und in meiner App. Da könnt ihr es gerne nachlesen und auch gerne ein Foto posten mit dem Hashtag Selle ich's Welt. Dann seh ich's nämlich. Okay, kommt, die Milch ist fertig. Was machen wir hier, Jungs gegen Mädchen? Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Jungs sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack, wie ein Witz, ohne Lacher. Denk ich richtig drüber nach. Kann ich jetzt schon nicht den Text hier so ausdrucken? Keiner weiß wieso. Jungs gegen Mädchen, come on girls, let's go. Probiert mal. Los. Das schmeckt voll gut. Das schmeckt voll gut. Komm Marcel, hinter der Kamera. Komm, Josch, lauf vor. Und man kann ja mehr Honig reinmachen oder so. Das schmeckt voll gut. Das schmeckt voll lecker. Oder mehr Zimt. Ist da Vanille-Extrakt drin? Ah doch, Ella hat Vanille-Extrakt rein. Ich finde es auch voll lecker. Für mich könnte es auch mehr Kurkuma sein. Okay, wir arbeiten weiter. Tschüss. Okay, danke. FPS-Massar. PhD-Massar. D nova. Gedanke. Ed. therapy. Ich finde es auch nicht den夏. Und jetzt geht es darum, wir in vaultab吉rar und sch villains. São nah nicht abit themcible. Applaus physiöser mir Überraschsprung. plugs bis zum nächsten Mal. Aus kitchen west bloggeräusche. bis zum nächsten Mal. 発im Mлаuk Vielen Dank.